Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Ähm, Reborn! Reborn! Ja, hier ist eine kaputte Arena immer noch. Waren wir uns eigentlich schon heilen? Wenn ich mittlerweile auch ein bisschen an die Steuerung gewinne. Ja, wir waren heilen. Ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal weiter die Stadt an. Ganz schön ruhig hier die Musik. Ja, beruhigend. Uh, ein Steg. Oh, ein Pfiffchen. Äh, ich mach, kein Pfiffchen-Lillipop. Oh, ist weggeräumt. Frech. Chewing gum. Moment, das war doch das, wie was weggelaufen war. Tred, you made me let that one get away. Oh, that's what I would really say, and if the lake wouldn't do dog sick to fish him. Aber trotzdem Pokémon und möchte uns herausfordern. Ja. Carpador, wow. Und es regnet es auch noch. Oh, man sieht den Regen gar nicht. Wie doof. Sehr langweilig. Jetzt hab ich aber schon erwartet, dass der Regen, dass man Regen sieht. Aber schlecht gemacht. Vielleicht muss ich das auch in den Einstellungen einstellen. Grimer. Oha. Das ist noch Konfusion. Ja, ich mach grad, äh, wieder ein Channel-Update. Also insgesamt ein neues Outfit. Also neues Design. Noch sieht man davon nicht viel. Weil das wird ja auch erst in den nächsten Tagen online gehen. Aber mal wieder eine Abwechslung. Lieber Abwechslung. Ja, und vielleicht mach ich dann auch irgendwann mal ein Outro oder so. So eine Endcut. Weiß ich nicht. Hört sich nach viel Arbeit an. Da hab ich auch schon wieder gar keine Lust drauf. Aber warum nicht, ne? Level 18 für Soldier. Ah, Kung-Fu-Strahlen. Ne, ist mir zu blöd. Äh, noch ein Grimer. 18, 18, 18. Hat er, ja. Hat er, ja, sollte ich's nicht einsetzen, weil der geht instant down. Ja, lassen wir's schon gar. Da hat er am meisten, wie sagt man, Effektivität gegen? Ja, ich würd sagen, das sagt man so. Und so, wie der mich angreift, ist es auch nicht verwunderlich, dass ich kaum, äh, Schaden bekomme. Dü-dü-dü-dü. Danke. Easy. Tja, schade. Und kann ich da rein? Mhm, jetzt lockt. Aber Neuses kommt von da drinnen. Kann ich hier vielleicht irgendwie ein Haus rein oder so? Ne. Aber Regen ist eigentlich ganz angenehm. Regen ist nicht so laggy, wie die anderen Sachen. Gut, ich kann auf diesen Stein gehen. Klar, wir müssen jetzt natürlich jede Kiste hier überprüfen, weil irgendwo ist bestimmt was drin, ne? Das ist doch klar. Ich mein, warum nicht? Dein Ernst? Wofür hab ich das jetzt gemacht? Damit ich nichts finde? Ja. Haufen Scheiß ist das. Drauf geschissen. Ja, wenigstens hier ne Bäre gefunden. Die ist auch zu. Something is banging the wall inside. It's locked. Ja. Wenn hier alles verschlossen ist, wie soll ich denn hier was machen? War ich hier schon drin? Aha. Kann ich gar nicht. It's locked. Sieht echt gut hier aus. Ne Potion. Das hört man doch gerne. Äh, ich fahr jetzt demnächst auch in Urlaub. Das heißt, ich kann keine Kommentare lesen, aber ich werde natürlich jeden Tag ein Video freischalten. Das ist kein Problem. Deswegen werde ich jetzt hier eine längere Aufnahmesession machen. Wieso sollte man den hier, äh, runterschneiden wollen? Da kommen wir gar nicht weiter. Und Pop Rocks. Und natürlich geht's hier nicht weiter. Ja. Und du möchtest nicht mit mir kämpfen? Ne, möchtest du nicht. Und ihr lasst mich nicht vorbei. Irgendwas muss man hier ja machen können, ne? Die stand aber eben noch nicht. Oh, wie ist das Wanker? Oh, so. Lothar, lo? Lothar! Do you want to give Lothar some Pokersnacks? Goppel, goppel, goppel. Lothar decided to join Shia. Yo, wie gut. Äh. Wie nenne ich das denn? Huch. Das war schweiß. Äh. Wie nenne ich das denn? Wie nenne ich das denn? Einen Moment. Ah, sind wir wieder. Ich nenne es Mö. Juch. Mö. Ach ne, wie kriege ich denn das Öl hin? Dann mache ich so. Mö. Richtig Mö von dem. Mö. Mö. Mö ist da vielleicht noch Summer hin? Vielleicht mit so einem Bindestrich? Ah, Bindestrich kann ich auch nicht machen. Eigentlich ist das da zu, ne? Ah, dann passen noch drei Buchstaben hin. Möchmasan. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob es wendig oder weiblich ist. Ich nenne trotzdem mal Möchmasan. Möchmasan was transferred to the PC. Tja, dann wird's wohl jetzt endlich Zeit, aber erstmal mit der da reden. Oh, da ist ein Ding ins. Oh, hallo. Es tut mir wirklich leid, aber ich versuche gerade, mein Osherbot da hinten zu retten. Irgendwie ist das, äh, arme Ding da drüben gestrachtet. Ah, ich bin ein Wasser-Pokémon-Trainer, aber ich habe kein Pokémon, was diesen See hier berühren möchte. Das wirklich verletzt wird. Ah, ich bin mir einfach nicht sicher, was ich tun soll. Hey, Shia! Möchmasan-Friends in high-places, are we? Ahahaha. Na jo, ich würde nicht sagen, hohe, äh, Plätze. Yeah, looks like a little lost. This is a Mariah, one of the highest-ranking gym-leaders in Reborn. You really didn't know. Oh, wirklich, es ist nicht so eine große Sache. Ich, äh, bin mehr beunruhigt über Osherbot. Osherbot! Oh, it's trapped there, and there I thought you two were just staring off into the sunset together. Äh, was? Nein, das ist nicht... Das ist wirklich ein Schwierigkeiten. Niemand kann, äh, durch diesen scheiß Poison. Und, na, was? Ja, not alone, so I've no doubt. We'll put our heads together, gonna figure this out. Äh, um, singst du? Grimer, I choose you! In no time, we'll be at your side. We're a team, one rollercoaster ride. Each one of us know just what to do. And we're never gonna stop, gonna stop searching for you. Boah, der denkt auch, der wär cool. Ey, Osherbot, hop on! Osher! Oh, baby, listen to me. We're gonna, gonna, gonna set you free, yeah! Man, richtiger Sänger, dieser Typ. Osher! Wow, das war fantastisch! Yeah, I get it out a lot. Usually from boys, though. Osher, Osher! Great work, Grimer! You can return now! Well, your Osherbot is A-OK. Later then! Osherbot! Aw, he seems to have taken a liking to you. Äh, ich mein, es sieht so aus, als würde er dich mögen. Huh? Well, he's a cute little guy, but I make a point to stick to poison tops. Sorry, guy. Hey, you don't listen, do you? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich so aus, als würde er mit dir kommen wollen. Kannst du nicht einfach mal... Kleine Ausnahme machen für ihn. Well, Mr. Osherbot, it's a good thing, you're cute. Osher! Ah, I guess he... Needs to really doesn't want to follow me fine. The pretty girl gets in her way. Haha. Dieses Osherbot... Is ein bisschen... Jittery to me. And also jittery heißt. Hey, hey! No reason to jitter, jitter, bark. You're in good hands. Ach zittern wahrscheinlich. Äh... Ja, vielleicht solltest du Osherbot... Äh, maustesten in einem Battle. Osher! Ja, sieht auf jeden Fall, der interessiert dich aus. So, willst du ein bisschen mit diesem kleinen Jungen sparen? I've heard worse ideas. Watch, here's our rematch. Ach, nö. Ach, nö! Okay, verdammt. Ich wollte gar nicht gegen dich kämpfen. Oh, fuck. Ich hab schon wieder die Maus im Bild. Okay, der hat einen Grimer. Den Grimer töte ich einfach mal mit, äh... Konfusion. Bam. Critical Konfusion, Baby. Und Hertha nützt dir überhaupt nichts mehr. Bist also so gut wie tot. Sorry, dass... Ach so, Potion? Dumm. Wunderbar. Sugar putt hier richtiges Work rein, ey. Nidorino. Da müsste ich eigentlich... ...auf Sugar lassen. Lass ich auch. Ich brauch ordentliches Psycho-Pokémon. Weil, ich glaub, Sugar wird's nicht lange machen. Oha, Level 20. Und jetzt trifft er nicht mal mit seiner Furry Attack. Das tut mir aber echt leid. Ach, das ist jetzt ein Starter-Pokémon, ne? Klar, er will ja bei Gift-Pokémon bleiben. Was mir echt leid tut für ihn, weil... ...da hat er ein echtes Problem gegen mich. Und er wird auch gegen Psycho-Arena-Leiter keinen Easy-Time haben. Ist also schon besser, dass er auch Schawott hat. Und Level 19. Äh. Ja, da wechseln wir mal. Auf Kramatin. Weil ich mein... Ach, das ist ja noch gar kein Flug, ne? Egal. Erstmal Charmin. Das wollte ich gar nicht. Hab wieder einfach zu schnell gedrückt. Und jetzt kommt ein ordentlicher Spark. Boing. Ah, es sieht nicht so viel haben. Komm, du bist nur noch. Zieht nur 5 ab. Ist okay. Kriegen wir hin. Ja gut, Kramatin wird das schon richten. Vor allem, weil... ...Blutzug gar nicht trifft. Also mir sollte es egal sein, dass Blutzug nicht trifft, ne? Aber hey. Äh. Ne, ich lass mal draußen. Weil gegen Osher-Bot... Ein bisschen Elektro schadet nicht. Bam. Ja, Osher-Bot. Das nützt ja nicht viel, mein Freund. Das nützt ja nicht viel. Doing. Und tot. Pretty boy, Kane. Well, well, this is adventure heating up. Ah, ich hab nicht erwartet, dass Osher-Bot auf der Verliererseite ist. Es tut mir leid. Ich hab nicht realisiert, wie stark sie ja ist. Well, she is full of surprises and it's all the right ways. That said, I got the bed back to the Westlands told my sis I'd been here out there. Totally got sidetracked. Someone I didn't think I'd accidentally pick up an Osher-Bot of all things. So well. Na gut. Was eine Erleichterung. Ich hoffe, er wird Osher-Bot gut behandeln. Ich sollte wahrscheinlich jetzt auch mal wieder zurückgehen. Nach Obsidian-Bot. Ich hab irgendwie Rini hängen lassen. Hä? Was? Du kennst Florina? Oh. Ja, du bist derjenige, der in der Factory geholfen hat. Na, wenn das so ist. Was machst du hier unten? Ah. Na gut. Was du hier unten machst. Wir sollten beide zurückgehen zum Park, bevor es noch schlimmer wird. Äh. Beeil dich, ja? Kein Problem. Kein Problem. Ich beeil mich, sobald ich, äh... Möschu-san mal abgeholt hab. Möschu-san. Möschu-Mu-san. Ich dachte grad, die Arena wäre wieder aufgebaut. Gut. Erstmal heilen. Du-du-du-dum. hoffentlich ist das ein höheres Level Summons PC Deposit Store und Withdraw 15 15 ich wollte schon immer mal dieses Pokémon haben also in irgendeinem Let's Play wollte ich das haben 15 ist eigentlich auch ein gutes Level Satz denn so zu bieten ach du Scheiße ja das ist jetzt naja naja ach du Scheiße das Ding ist eigentlich total useless aber besser erstmal als Crickmach tut Hyper Potion musste ich nicht irgendwem Hyper Potion geben könnte ich direkt mal verteilen aber ich glaube das ist auf der anderen Seite von dem Haus also viel zu anstrengend kann ich jetzt da hoch her kann ich wie schön ach und da ist ein Gegner hey man got any rare candies die Scheiße kostet 20.000 denkst du die trage ich mit mir rum die verballer ich wenn ich welche bekomme aber ich hab die anderen candies ja wenn das nicht ein Barboach ist wenn das nicht gute Zeit mal ist wie der Buzz Huntress einzusetzen der hat schon lange kein Auftritt mehr gehabt Aua Watergang wow Verteidigung ist ja im Arsch Map Bomb what pound das wollte ich gar nicht ich wollte eigentlich Aufstand machen nein ich drück zu schnell aber jetzt ist er gleich wieder tot so wie ich den kenne vor allem wenn er von der Map Bonde getroffen wird enttäuschend ja macht's halt Martin los Martin wir wissen ja was abgeht einfach mal ein bisschen sparken weil es keine Wirkung hat weil ich vergessen hab dass das teils Boden ist ja Martin es tut mir jetzt echt leid dann musst du es halt mit einer Quick Attack machen ach deine Quick Attack sieht ja gar nichts ab ja aber das lässt mir jetzt nicht gefallen dann mach ich jetzt auch weiter Quick Attack Martin so wird das nichts wenn du dich triffst und jetzt Crit war es ein Crit? ne einfach nur so gut wer kommt jetzt? oh man passt doch mal auf ach ein Spinder Brogod Brogod okay Feint Attack dann kriegst du von mir und hab ich den den Smokescreen beigebracht echt? hab ich gemacht? warum? Tackle uh ist nochmal ein Border Ding Boing easy rund 22 noch 3 der wieder gehorcht dem nicht mehr das muss ich nochmal runter besser Better get healing hoch meng Aus würde ich überhaupt nicht können viel zu anstrengend Also Switch, so hätte ich das gerne. Und wenn der Level 20 ist, dann wechsle ich auf Martin, der soll Level 20 werden. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Wartebau trainieren soll, weil so ein Fee-Typ ist schon nützlich. Was ich viel lieber hätte, wäre ein Flunkkiefer. Was gibt's denn hier schön? Das ist ein Drei-Sterne-Restaurant, oder was? Salon des Glamousiens. Salon. Hallo. Willkommen zu Glamousiens. Unfortunately, wir haben geinbeidt Glamour letztendlich. Selle have been on this line. Everyone wants to get to the Rudy Central Salon. What is this? The service? The price? I must know you. Check out the other Salon. Find out back there do better than us. Report back here. Don't ask why, just do it. Okay, kann ich machen. Well, here my darling, my words in George is with my review of God. Aha! Nein. 2000, ey, was ist denn los? You check out the other Salon. Find me back here. Don't ask why, just do it. Ich mache, was ich will. Oh, das ist ein alter Sack. Er ist nicht mit mir kämmen, alter Sack. Change for an old man. Oh, einmal. Change for an old man, who's lost his home and has nowhere to go in this full storm. Ja, tut mir echt leid. Du nicht? Please have to ask caution while translating the area. Du auch nicht? Leute, warum wollt ihr nicht mit mir kämpfen? Seid ihr alle Angsthasen? Wie bin ich denn jetzt hier zu Onyx-Wort now? Oh, das ist blablabla. Ja, die muss ich hier... Oh, da sind wieder unsere Freunde. Alles kaputt hier, ey. Ich kann einfach an denen vorbeigehen. Was ist da los? Oh, ich hier. Schön, dass du uns gefunden hast. Yes, greetings again. Unglücklicherweise sind wir hier in einer... Ja, sind wir hier gefahren. Diese verrückten Bäume kommen einfach von irgendwo her und wir können nicht mal in den Obsidian Park, um das zu stoppen. Das Gute ist, sie können einfach zerschnitten werden. Das Schlechte ist, wir haben nicht die HM. HM1 ist Cut und es ist momentan im Jasper-Wort. Wir haben es genau für dieselben Probleme benutzt, aber... Es ist echt important, also es ist echt wichtig. Wir müssen uns beeilen. Tja, könntest du nicht, äh, Zerschneider holen vom Jasper-Wort? Jasper ist genau nördlich von hier, in der West-Pariot. Kann ich machen. Wenn du so nett nachfragst. Das ist, äh... Ke Problem! Das heißt, nördlich von hier geht es ja hier nach oben. Ja, wie komme ich jetzt da nach oben nochmal? Ich frage die nochmal. Ähm, kannst du nicht zum Jasper-Wort? Jasper-Wort ist... äh, gleich nördlich vom West-Piri-Dot. Und wo ist der West-Piri-Dot? Habe ich denn eine Karte? Oder muss ich jetzt wieder durch diesen Öde da zurück? Habe ich eine Karte? Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber ich würde sagen, das finden wir in den nächsten Part heraus. Bis dahin! Tschüss!